So, weiter geht es jetzt mit Goblins 2, ähm, Moment, ich muss kurz noch mein Mikrofon justieren, dann kann es schon weitergehen. Und zwar habe ich herausgefunden, wie es hier geht. Schaut her, hier, hier, Winkel nehmen und den Abschüttel. Und, Skabau. Yeah. Das ist ziemlich cool. Und jetzt kann man hier noch ein Apfel nehmen. Oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt muss man bestimmt mit ihm hier zur Lünste gehen und hier den Blumen gehen. Schätz dich mal. Okay. Ich weiß, ich muss wirklich mal kurz gucken, wie es weitergeht. So, genau so geht es. So. Und jetzt muss man den Honig der Nymphen geben, schätze ich. Ich habe jetzt Honig bekommen. Okay. Ich werde mal ein bisschen was ausprobieren am Anfang vom Level. Aber sonst, äh... Nein, du doch nicht. Du nicht. Du bleibst da oben drauf stehen. Du Depp! Stell dich doch da oben drauf. Oh! Ah, hin! Genau! So, und er warb jetzt. Oh nein! Honig! So, jetzt muss ich irgendwie irgendwie... Ein Pilz. Okay. So, jetzt holst du dir den Mushroom. Genau. Und jetzt muss ich mit diesem Pilz zu so einem Vogel gehen, der sich hier befindet. Okay. Guckst du hier auf die Pilz? Okay. Guckst du hier auf die Pilz? Okay. Damit dürfte ich auch hier rein, denke ich. Ja. Dann werde ich mal hier gucken, was hier abgeht. Okay. Er muss zu diesem Potten und ein Wurm nähen. Okay. Jetzt haben wir einen Wurm. So, und jetzt muss ich... Ich probiere mal ein bisschen was aus. Ich weiß nämlich nicht mal ganz genau, wie das geht. Juppie! Okay, bringt mir aber nicht wirklich was. Hab ich jetzt keinen Wurm mehr? Ne. Okay. Oh Mann. Dann hol dir einmal ein Wurm. Und ähm... Ja... Wie geht das denn am besten? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist wieder was. Jetzt weiß ich nur, mit welcher Person ich mich da drauf stellen soll. Ähm... Ich probier's mal so. Okay. Okay. Ah, vielleicht muss ich ihm jetzt einen Wurm da hochschmeißen, oder? Freust du dich jetzt? Oh Mann, ich weiß nicht, wie es geht. Oh Mann, ich weiß nicht, wie es geht. Hier. So. Switch. Was? Was? Du stehst? Du musst dich doch da drauf stellen. Genau. Und... Switch. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab das nicht mal Wurm, ja. Also, brauche ich den Wurm. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ähm... Das dauert aber nicht zu lange, ne? Fleisch! Okay. Dann Fleisch. Miet. Da! Hier hast du Fleisch. Willa, ne? Piranha? Der mag bestimmt Fleisch. Okay, bestimmt brauche ich den Knochen. Mag den dieser Vivalzat... Den mag Vivalzat... Magst du den? Ich weiß es nicht. Du hast meinen Knochen weggeschmissen. Oh, Mann! Da schmeißt der meinen guten Knochen weg! Was fällt dem ein? Was ist das für ein Arschloch, Mann? Könnte ich mir noch so einen neuen Knochen besorgen? Hallo, stell dich auf die Plattform! Hallo, auf die Plattform! Auf die Plattform, Mann! So, genau. Und ja, jetzt? Switch! Jetzt weiß ich aber, wie es geht hier. Jetzt switch nach Erwurm und Kulturen Da! BAM! Fleisch! So, jetzt... Hier, du! Use me on Piranha! So, hier... Jetzt holst du dir am besten mal den Knochen. Und diesen Knochen schmeißt du mal in die Maschine. Das muss ja, und man muss auch hier oben drauf irgendwann. Willst du nicht? Ich hätte einen Maschine vermissen. Okay. Hey, das ist sogar richtig, glaube ich. Okay, ich muss da hoch, wie ich schon gesagt habe. Wie kommst du denn hier hoch? Vielleicht wenn er mal hier hingeht und er sich dann da hochkatapultiert, vielleicht geht es dann. Oh man, der macht ja da nicht. Okay, jetzt habe ich das Y genommen. Willst du einen Stein? Nö. Hier gibt es aber auch sonst nichts mehr. Alexi of Kindness. Das brauche ich. Okay. Äh, ich muss noch mal kurz nachgucken, wie es weitergeht. Ah, wie geil diese Idee. Ne, Mann. So. Äh, nein. Du. Ich weiß nicht, wer muss sich auf den Müll einmal stellen? Fing muss sich auf den Müll einmal stellen. So. Und du benutzt Bony und... Was? Ach, Bottle. Oh, ich habe nichts zu verlesen. Yeah! So. Jetzt. Du nehmen. Nein. Du. Da oben. Lodschildsweg. So. Was passiert? Yeah. Das können wir bestimmt mit der Bottle aufhängen. Auffangen. Container. Juppie. Okay, dann halt nicht. Ah, warte, 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 warte. Er muss das jetzt von ... Und das kann man bestimmt auf jeden Fall nutzen. Wir mixen uns hier was zusammen. Wir mixen uns hier nichts zusammen. Ähm... Nicht. Man muss das doch bestimmt irgendwie auffangen, oder? Ähm... Mann, wie geht das? Ah, das kann er dann wieder. Er trinkt das auch gleich. Ähm... Wo ist er hin? Dann würde ich sagen, machst du das auch, oder? Nur gerade hat das irgendwie nicht gemacht. Oh, jetzt macht er es auch. Ähm... Yeah, eine neue Welt! Yeah! Ah genau, hier sind wir auch noch. Okay, ähm... Ich mache eine kurze Pause und dann geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen! Tschüss! Tschüss!